Ein Berner namens Geni Gmür begab sich an die Gotte d'Azur, um an den Mittelmeergestaden den Staub des Alltags wegzubaden und unter Menschen fremder Breiten den Horizont sich auszuweiten. Er schlenderte dahin am Meere in südlich heiterer Atmosphäre und freute sich ganz ungemein, der Vaterstadt entflohen zu sein. Allein am ersten Abend schon im Speisesaal der Pension entdeckte er mit einem Schlag, dass irgendwo ein Fehler lag. Da sass am Nebentisch Herr Willi, ein Postbeamter vom Marzilli, daneben Röbi Böschenstein, ein Prokurist vom Breiten Rhein, mit Otti Hess und seiner Frau, gebürtig als der Sollgenau. Dann weiter drüben Ferdi Walter in Genis Firma Chefbuchhalter und Miku Müller aus der Matte den Geni auf der Latte hatte. Mit einem Wort, die gleichen Herren wie sonst im Bahnhofbüffet Bern. Da hatte Geni Gmür genug. Er warf sich in den nächsten Zug und reiste mit verstörtem Blick in seine Vaterstadt zurück, um wenigstens am Bärengraben mit fremdem Volk Kontakt zu haben. Sollte